HALALALALALALILULU Hoi Oh Gott Moritz Ja ok Ich weiß dass du gerne was auf und zu machst aber Ja ok Nein Moritz trainiert nur für seine Für seinen zukünftigen Beruf Willkommen zurück zu TechItLight ich bin wieder ihr Reiseführer Rafi Bitte begleiten sie mich auf eine extra ordinäre reise durch das land von minecraft ja und so weiter wir ja jetzt weiß ich was wir bauen wollten wir wollten transmitter receivers und so zeug bauen ja habe ich doch gesagt dann warte ich baue noch schnell alloy dings ok damit wir das alles schon mal verbinden können aber red alloy ah ja red alloy kriegen wir aus einem red alloy block oder aus iron wir haben das sicher schon die die stone waver oder war ja doch natürlich haben wir die halben stack von eben und sogar einen halben stack obsidian sticks die habe ich nämlich nur baut das war das letzte was ich gemacht habe glaube ich diesen satz war sehr oft glaube ich drin das scheint mir nicht ja fast kein redstone mehr oder ne tschuldigung ja fast keins mehr bloß 200 ja ist fast gar nichts ja sag ich ja noch bronze und ich brauchten braunze haben wir nicht so etwas führen wir nicht doch wir noch genau einen block ja einen ingot ich darf jetzt erstmal auf auf bronze suche gehen ja viel spaß er hat mir dafür dass er selber machen junge wie denn für was hast du dieses rote schwarze nicht rote dieses schwarze fällt unten bei dir kannst du so eingeben ist so wie google ach so wird das dann gleich ah ok hey wusstet ihr das wenn man scrollt dann kann man gleich den die anzahl der links der requested sachen verändern ja ganz toll so brauchst du da bronze dust und dafür brauchst du copper dust und tinderst ja brauchst du braunze überhaupt siehst du dann schon was sind sechs mal vier wir haben nur ganzen copper habe ich gleich habe ich gleich moment warte brauche ich überhaupt braunze 24 moritz danke kein problem immer wieder gern ja du willst wahrscheinlich diesen einen komischen ich brauche jetzt erst mal advanced alloy und dafür ja genau 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 wenn es täglich dabei bist konntest du mir auch nur baum machen ich brauche nur sechs von den advanced alloy für reinforced dingsbombs zeug affi du auch noch irgendwas kann ich dir noch ein happy meal zubereiten dann mache ich jetzt mal irgendwie die ender pearls oder hast du dich ja warte wenn du da schon dabei bist dann kannst du gleich auch mit dem philosopher stone das dings zeug machen das bronze bronze warum mit dem philosopher stone weil das auch geht haben wir ein minimum stone was brauchst du aus dem dann haben wir nicht aber philosopher stone ist das gleiche fast ja wo wo ist der den versuchen jetzt brauchst du bronze dust dazu brauchst du pulverized copper und pulverized tin du brauchst tin und bronze dust und zwar in ihrer ratio to 3 zu 1 ok wie komme ich an bronze dust den wir auch haben in dem nein du brauchst copper und tin dust copper und tin dust glaube ich einfach also bronze dust brauchst du copper und tin dust genau und zwar drei copper und einen tin dust und das musst du dann craften dann kriegst du bronze dust und das musst du dann ja aber nur ganzen copper muss ich den dann wieder du musst den ganzen copper einfach meseraten ja wie viel bronze brauchst du denn äh moment ich brauche drei für zwei mixt irgendwas und von denen brauche ich auch zwei das heißt wie viele brauchst du also sechs ich brauche sechs stück das heißt du brauchst drei nein äh neun copper dust und drei tin dust danke wir gehen schlafen und wie viele receiver brauchst du äh ich brauche einen receiver und einen transmitter schlafen wolf ja ich bin gerade abend requesten hey mein wrench wolf man wuhh komm jetzt endlich hast du wieder deinen wrench in die Gegend rumgeschmissen oder was ja habe ich Freude auf die kuhkaste auf die kuhkaste auf die kuhkaste die kuhkaste untersteht der katzenkaste ist aber der eselskaste weit vor weit überlegen ich verstehe wozu weit bist du neun copper ja ich hab's gleich scheiß ich brauche zwei enderpearls messeraten werde so hast du also machst du dir gerade enderpearls ja ich mach mir gerade enderpearls mit stings erst ich hab schon einen lever da ich hab gerade auch ein lever gemacht ja ist mir scheißegal und äh drei tin meintest du ja kommt drauf an neun copper drei tin ja genau so sechs bronze dust wo ist jetzt mal ein red alloy oder hab ich schon wieder liegen lassen chaos pur ich sag's euch aber echt wir haben nochmal für knall auf close down dust für was für die receiver dann musst du holen gehen muss ich holen ja den kann man doch sicher irgendwie craften nein muss du holst den jetzt das ist eben zielverschwendung den es eh nicht mehr gibt tatsache man kann close down dust aus close down und einem philosopher's stone was mach ich damit also ich muss ja noch den tin dust äh den tin verdusten und wie craft ich das dann man könnte close down dust aus redstone und gold dust machen das ist sehr cool aber du holst jetzt aus dem duster welches ja 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 ich gehe ja schon den philosopher's stone was elever nein ich hab nicht genug red teile schlecht ja ich weiß brauche ich nochmal drei kopfer und ne menge redstone ok raffi ok raffi what to do wenn ich das ganze zeug habe google ist dein freund sag ich doch nur ok raffi Oh, was ist das? Drei Koppel. Gut, Moos, soll ich dir helfen? Bei was denn? Bei Gloucester. Das holen. Ich glaube mir erst mal mein Jetpack auf. Brauch ich nicht, ich helfe dir trotzdem. Ich habe übrigens vorher zwei Garsts gekillt und da habe ich ein Garst-Tier bekommen. Ich glaube ich dir nicht, das war auf Kamera. Nein, das war nicht auf Kamera. Nicht? Wann warst du bitte vorher? Ich weiß, wie ich in der ersten Folge, in der heutigen Aufnahme-Session, Gloucester und Dust für die Crafting-Papes gebraucht habe. Ja, toll, aber die Garsts, die direkt vor unserem Portal spawnen, hast du das nicht kaputt machen können, oder was? Nein, ich bin bloß rein und ich werde beschossen. Ja, Pech gehabt. Also ich habe gerade einen kaputt gemacht. Ja, 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 das sagen es alle. Ja. Okay. Okay. Ich möchte ja close-down übrigens, wenn wir jetzt einfach Hand kaputt machen. Ja, das will ich ja. Rechts hin. Wow. Hoffentlich fällt das nicht in die Lava, tut das nicht, das wird nicht sehr sozial, aber ins Feuer. Geh mal, Rutz, ich habe einen Stack. Reicht das? Nein. Was wirklich brauchst du denn, du? Äh, acht. Ich gehe erst mit dem Stack raus, ne? Okay. Ich habe A-Fast und Stack. Ich habe nur eine gerade so in der Source abgebaut. So ein Cluster halt. Ja. Nein. Nein, nein, nein. Was? Glück gehabt. Weil der schon wieder grast war. Wolf, du hast es geschafft. I'm surprised. Endlich, Alter. Ich bin jetzt ungefähr bei sieben Prozent von meinem Gesamtvorhaben angelangt. Yes. So, jetzt muss das Ding noch messerated, äh, nee, compressiert werden. Compressed. So. Here it goes. Wer hat das ganze Redstone rausgenommen? Wo ist das ganze Redstone? Wolf? Äh, nein. Ich habe Redstone rausgenommen. Da war aber schon letzte Folge. Schon okay. Okay, Moos, das Redstone wäre, also der Redstone-Aktivierungszeug wäre angeschlossen. Ja, äh, ich bin gerade dabei. Die Frage ist, was für eine Fassade benutzen wir jetzt für den Storage-Raum? Ja, keine Ahnung. Wolf? Grün. Grüne Wolle? Nein, ähm, geht nicht irgendwie Basalt oder so? Nein, das geht nicht. Das geht nur Vanilla-Blocks. Nur Vanilla-Blocks? Mhm. Äh, dann mach doch irgendwie was, äh, was mehr Dezentes, so wie, so wie Neverwreck. Oder so. So, dunkles Holz. Dunkles Holz, das hätte doch Endstil mit dem Schwarz. We mix dunkles Holz. Okay, ich habe das, ich habe das. We have no dunkles Holz. Warte, kann ich, kann ich das mit dem Philosopher-Stone vielleicht irgendwie umwandeln? Wer hat einen Philosopher-Stone? Ich habe ihn weggelegt. Also, wieder, wieder einsortiert. Wo einsortiert? Ja, er ist wieder im System drin, halt. Das ist das System. Ja, das System ist das Problem. Okay, ich habe ihn gerade gequestet. Oh. Endlich, Alter. Was brauchst du bis jetzt? Na, das, das kommt jetzt noch. Jetzt brauche ich, oh Gott. Oh Gott, habt ihr Glowstone-Dust? Ja, haben wir sogar gerade geholt. Ich bräuchte davon, lass mal zusammenrechnen. Ich brauche zwei davon. Ach, fuck you. Also, ich brauche jetzt acht davon. Also, brauche ich 16 davon. Oh, das sind die Cobblestone-Fass-Dings, die ich mal gemacht habe. Okay. Okay, aber zunächst einmal brauche ich... ...die hast du gemacht. Hab sie. Acht electric circuits. Okay, äh... Modes, hast du da einen Receiver, Transmitter und so? Ja, einen Receiver habe ich. Den brauchst du noch für einen Transmitter? Äh, den kriegst du mal, aber ich brauchte den Philosopher's Stone nochmal. Den hab ich gerade einsortiert. Das heißt, der Receiver, okay. Ja, du kriegst gleich einen. Was passiert eigentlich, wenn ich irgendwas requeste und wir keine Materialien dafür haben? Dann wird angezeigt, dass das nicht geht. Okay. Setzen wir auf Frequenz 1, oder? War so aus Spaß, an der Freude. Mir doch egal. Nein! Was? Wieso nur 7? Wieso 7? Ich wollte das... Da ist ja nur eins drin, das hast du... Ja, ich bin heute schon wieder viel zu frühkritisch. So, habt ihr zufällig 16 Glowstone Dust? Guckst du in das System? Habt ihr schon eingeordnet? Wahrscheinlich. Wenn, dann, ja. Ah ja, ich sehe schon. Du konntest dann doch gleich direkt haben. Request. Okay. Er würde übrigens vor deinen Fierst liegen. Zwischen hast du wahrscheinlich aufglaubt. Ja, danke, ne. Dann tue ich die jetzt einfach zurück. Und nehme aus Protest die, die ich mir gerade geholt habe. Viel Spaß dabei. So, was brauche ich denn noch alles? Wo hast du den? Schatz, bitte. Jetzt, Moment, ich brauche noch viel Redstone. Moment, ich brauche noch 8 Lapis. Ja. Das geht so nicht. Das muss aber jetzt einmal so gehen. Wir könnten eigentlich gleich mal was einspeichern für das, oder? Was ist denn echt? Es gibt eigentlich Recipes, die wir öfter brauchen. Die Stone Wafers vielleicht. Wir haben dann halt einen Stackstone Waver und so oft brauchst du jetzt auch nicht. Ja, aber trotzdem will ich das dann einspeichern, dass das mit den Smelten und so, dass man da nicht mehr genug, also zu viel macht und so. Dass das System das alles selber ausrechnet. Seht ihr das eigentlich auch, wenn ich irgendwas logge bei den Requests? So, ich habe jetzt den Transmister fertig. Okay, dann komm mal her. Chill. Moritz. Noch eine 32 Redstone, aber die habe ich. Kommentarfrage. Kommentarfrage? Ja. Dann lass doch mal hören, Raffi. Ich habe den Namen leider nicht aufgeschrieben. Fuck. Oh, ja, dann nennen wir ihn Herrn K. Okay, Herrn K. Kommentarfrage. Steht ihr auf Horrorfilme oder gibt es Filme, wo ihr sagt, nee, will ich nicht anschauen? Wäre cool, wenn ihr sie beantworten würdet und es wäre cool, wenn ihr sie ehrlich beantwortet. Einen Locken-Lowl-Tag oder Abend wünsche ich. Ähm, Horrorfilme. Schaut euch nie mit dem Wolf einen Horrorfilm an. Schaut euch nie mit dem Wolf einen Horrorfilm oder irgendeinen anderen Film an. Worauf hast du den Transmister? Ja, den habe ich. Geh mal her. Da, viel Spaß damit. Mach den nicht kaputt. Ähm, ups. Ja, also, ohren, die ich überhaupt nicht sagen möchte. Richtig ekelhafte Filme halt einfach nur, aber sonst Horrorfilme eigentlich. Ja, Horrorfilme, ich muss sagen, ich habe noch nicht so viele gesehen. Aber die, die ihr gesehen habt, man scheiß. Also, der Hintergrund, dahinter gehen wir erstmal schlafen. Ja. Dabei erzähle ich das. Der Hinter, also, dahinter steht, dass wir uns mal irgendwie, also Moritz und ich und noch irgendwie sechs andere Leute oder so, aus unseren Kursen halt. Weil da ist die Tür jetzt offen. Nein, die Tür ist nicht offen. Aus unseren Kursen wollten wir halt unbedingt mal zusammen ins Kino gehen. Und dann haben wir uns den großen Fehler gemacht, dass wir uns Paranormal Activity 4 angeschaut haben. Was ungefähr der schlechteste Film des letzten Jahres war. Warum geht das nicht? Aber sonst, gute Horrorfilme. Kennt ihr 1804? Oh, der ist cool. Den fand ich richtig gut, vor allem, weil er ohne Blut auskommt. Der mit dem Zimmer. Genau, der mit dem Zimmer. Der mit dem Zimmer. Ne, der war cool. Aber warum geht das nicht, Moritz? Ach, den habe ich ja auch mal mit dir gesehen. Ja. Ah, da haben wir noch nicht so viel Scheiße während dem Filmeschauen gemacht. Stimmt, ich glaube, das könnte sogar einer der ersten Filme gewesen sein, die ich mit dir zusammen angeschaut habe. Das war beim Furchtsähnchen von einem Freund, oder? Von einem Freund von uns. Ja. Zufällig der gleiche Freund, mit dem ich heute noch auf ein Konzert gehe. Zufällig der gleiche Freund, mit dem wir The Pact angeschaut haben. The Pact, oh Gott. Kommt mal zum Punkt, bitte. Da kann man aber ewig reden über so Gruselfilme. Naja, Raffi, Gruselfilme und so. Ja, ihr habt doch nicht gesagt, wie ihr Gruselfilme haltet, ob ihr euch welche gerne anschaut oder nicht? Ja, doch. Also ich finde generell, als Genre ist es cool. Solange es nicht irgendwie nur noch auf Blut ausgelegt wird, wie was weiß ich, Saw oder so. Ja, sowas meine dann unter ekelhafte Filme. Ja, genau. Und ich brauche zwei Electronic Circuits und deswegen sagt jetzt der Moritz, was er davon hält. Ja, also, wie du schon gesagt hast, solange es nicht wirklich überbrutal ekelhaft sind, schaut mir sowas auch gerne an. Also, ja. Okay. Raffi, du weißt doch gar nichts dazu zu sagen. Also, ich bin jetzt nicht so ein großer Horrorfilme-Fan, nicht weil ich schwache Nerven habe, sondern weil ich einfach kein Entertainment in diesem Genre sehe. Ich weiß nicht, ich finde so Horrorfilme, ich finde sie sinnlos, so langweilig auch irgendwie. Ich weiß noch, wie wir uns einmal, also das war mit Simon und mit noch wem, da waren wir beim Raffi und da haben wir uns, was war das, was haben wir uns da angeschaut? Final Destination 1, glaube ich. Oh Gott, der war so dämlich. Der war einfach nur so dämlich. Wir haben uns die ganze Zeit so abgelacht. Ja, aber das passiert bei jedem Horrorfilm. Oh Mann. Okay, ich brauche noch einen Electronic Circuits. Und irgendwie geht das gar nicht, Moritz. Was denn? Ja, das Zeug, vielleicht brauchen wir doch eine Golden Conductive Pipe dazwischen. Nee, weil die connected gar nicht mit den anderen. Wie, die connected nicht? Ja, die connected einfach gar nicht mit den anderen, mit die Engines. Ja, weil die Engines nicht gepowert werden. Na klar, werden die Engines gepowert. Nein, wie denn? Von unten. Ja, von unten, genau. Da siehst du nicht das Redstone neu da. Ja, schon, aber dann würden die sofort so zum Dingsen o'fangen. Ja, nee. Ja, äh, doch. Nee. Ja, aber schau, wenn ich jetzt... Hast du einen Golden Conductive Pipe da? Nein. Dann machen wir schnell. Hast du Golden? Chill, chill, chill. Nein, nein, nein. Moment, Moment. Was denn? Ich baue jetzt da eins von dem Red-Eye-Leutings weg. Und würde das jetzt gern... Das baue ich auch noch kurz weg. Der ist auch noch. Musst du jetzt alles kaputt machen. Und dann baue ich das da hin und dann baue ich das da weg. Ich hab noch welches hier. Und da hinten und dann... Das geht trotzdem nicht, Moritz. So da irgendwie, dass es über die Kanten geht. Ja, so. Ja, so, und jetzt paus. Das werde ich jetzt sehen. Da, schau. Weil die gepowert werden, aber sie haben kein... Die können nichts outputten, deswegen bewegen sie sich nicht. Das geht ja weg, jetzt baue ich das Video gescheitern. Ja, ich baue es. Ich muss mal Glasfiber-Cable einspeichern. Das Recipe. Du musst baue es wieder hin. Wo? Das Fiber-Glas-Cable, das du weggebaut hast. Kaputt machen oder nicht mehr checken, was du... Haben wir von dem eigentlich noch irgendwas? Also, habt ihr davon noch was? Ich bräuchte... Zwei... Vier. Vier Bord. Oder welches? Ja, es ist nichts mehr in der Chest. Das wir fragen, ob euch noch was... In der Chest. Ob ihr noch was habt. Im System. Ja. Hier, der. Achso. Also Goldpipes sind einprogrammiert. Sind sogar noch mal da normalerweise. Schauen wir doch gleich mal nach. Äh, oder auch nicht. Wobei, warte. Na klar sind noch welche da. Goldpipes 15. Ja, okay. Hol ich mir gleich mal alle 15. Und dann brauchen wir noch... Redstone-Lust. Ja, da ist übrigens nur ein Läuber, ja, gell. Ja, ja. Da. Ja. Und zwei Diamonds. Die werden schon langsam eng. Ja, aber zwei werden doch noch rausgehen, oder? Ja, aber zwölf haben wir noch. Das geht so nicht. Was geht so nicht? Ja, zwölf. Ja, deswegen sind es noch zehn, okay? Okay. Schöne Zahlen. So, Moritz, wenn wir jetzt nämlich hier so machen, schau. Guckst du, wenn wir das jetzt hier wegbauen zum Beispiel. Mhm, die habe ich jetzt auch. So machen. Ja. Da. Schau, jetzt fliegt da noch schon Strom. Aha, jetzt haben wir da so einen coolen Dingsbums-Teil. Ja, ich hatte gleich gesagt, wir brauchen Conductive Pipes. Ja, es sind ja Conductive Pipes, aber wir brauchen halt einen Golden noch dazwischen. Das heißt, wir müssen das Ganze hier ein bisschen umbauen. Das ich aber auf Kamera mache, weil wir sind schon über 22 Minuten. Und das will ich euch nicht antun. Böse, böse. Böse, böse. Also, ich hoffe, euch hat's gefahren. Vielen Dank, dass Sie bei Rafis Traumreisen eingeschalten haben. Gott. Und, äh, man sieht sich, ne? Und so, okay. Ciao. Danke, ciao. Ciao.